hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play 7 days to die mit der mission aufstehen krone richten weitergehen und wir richten unsere krone und sind deswegen immer noch eine mine weil eine krone braucht natürlich auch gold und eisen und metallurgie und chemiker und edelsteine diamanten natürlich ohne edelsteine und diamanten ist eine echte krone keine echte krone genauso wie ein kaiser ohne reichsapfel auch kein kaiser ist als ich sowas erzählen will oder könig könig auch reichsapfel ist bedingung ja hier warum gibt es den reichsapfel eigentlich ist auch nur ein symbol war hat das auch eine hintergründige bedeutung warum müssen apfel ist weil früher nur die ganz reichen und guten eipfel hatten oder weiß ich gar nicht ist ja auch egal auf jeden fall machen wir hier potassium zu klump in rauen mengen gefällt mir richtig gut die höhle ist meine neue lieblings höhle habe ich letztes mal schon erzählt richtig viel potassium noch mehr kohle und ein bisschen eisen dabei richtig richtig geile höhle immerhin die fackel mit und stellen hier die nächste auf und zwar wo ach das war die höhle ich erinnere mich deswegen waren wir hier noch nicht so drin das war die wo wir reingeplumpst sind und dann ausgelogen mussten weil feierabend war und dann sind wir oben wieder gespawnt mitten in der nacht ich erinnere mich und wir waren ja ja leute so war das damals hier jetzt ist aber gleich nachts und jetzt müssen wir uns denn auch wir haben genug frames haben wir noch frames haben wir so wenig frames haben noch 88 stück gebaut da sind die anderen hier noch mal so besser gleich viel besser mit meinen hermit könnten wir natürlich besser sehen wo wir hinwollen oh guck dich mal diese decke an die potassium decke von der welt eigentlich brauchen wir mehr eisen als potassium gerade wo wir brauchen beides dringend so haben wir hier da ist noch war dann nicht gerade neben und leichte hat mich verrascht da ist aber noch ein potetium machen wir mit unserer blauen stil pick x cozen prozess ja so gibt das mal wieder her hier wie immer doch und dann müssen wir mal ausschalten hier also ja genau seht ihr hier haben wir nämlich schon da hinten so fackel wir wollen eigentlich am liebsten genau noch gegenüber weil da ist direkt was dann können wir können wir hier so einfach ein steg lang ziehen habe ich beschlossen zieh bitte vielleicht hätten wir doch noch mehr frames gebraucht weil ich glaube das wird ein ganz schön weiter weg wackeln hier mal in die luft wunderbar genau so haben wir uns das gedacht nein haben wir nicht oder wir müssen hinter uns dann wieder abreißen und dann auf dem rückweg wieder habe ich aber auch eigentlich keine lust zu würde das jetzt hier gerne erstmal zu unserer offiziellen miene machen dann würde ich das gerne so lassen nicht hier in die luft man macht doch da nicht so der set ist auch nicht wahr auch das potetium da oben wie viel potetium haben wir jetzt 150 und noch mal 20 sind ein paar ja bringen wir auf jeden fall unsere doch arg geschrumpften munitionsvorräte wieder ein bisschen auf vordermann wenigstens hier mache ich mal lieber noch einen hin ist mir sonst zu gefährlich ja da haben wir jetzt ein verschwendet aber ist ja nur holz da oben vielleicht nein so ist es noch weit papa schlumpf ne da drüben ist es schon boah es ist viel müssen uns irgendwie drum kümmern auch ganz vorsichtig runter fallen jetzt müssen wir wieder ausloggen und oben spawnen jetzt wo es gerade pünktlich zu 22 uhr warum hängt er die immer so komisch in die luft gerade naja ist egal hauptsache macht licht so ich glaube das hier ist schon gerade genau wir sind da we have arrived at our destination und nicht zu weit nach hinten gehen doch platz ich sehe immer noch so wenig ich hasse das so sehr wo bist du denn jetzt habe ich denn jetzt schon wieder hingefackelt nervt 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 das nervt mich wirklich grandios mit wo ist denn die fackel jetzt schon wieder wollte dahin fackeln gibt es doch nicht hier ist halt los so ein bisschen mehr so herberg jetzt gibt es die an den kragen schon wieder kohle ok ich weiß ich habe mich jetzt über monate habe ich mir beschwert dass wir zu wenig kohle haben aber jetzt hätte ich wirklich 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 lieber eisen tja so recht sich das so recht sich das alles wir hauen mal hier rein hier muss ja nur irgendwo was kommen aber links dings und rechts dings und siehst du kohle immerhin jetzt hängt da ein gravel fest oben ist auch noch mal kohle in erster linie ist immer stein leute 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 das ist nicht so ergiebig hier garne not the very ergiebigst of the world hier bauen wir mal unser licht auf jetzt gehörende wespe kannst du vergessen mach ich nicht mit kommt jetzt noch mal eine ersatzhorde dafür dass wir die letzte weggeschummelt haben am ende war als strafe das sind viele westen da kommt noch das ist noch mal eine richtige horde war tickt das spiel aber aus oder haben sie das jetzt so gemacht damit schön schwer ist das ab tag 49 jeden tag nach vorne kommt dann kommen wir auch von vorne anfangen weil das ist wie würden wir jetzt nicht mehr ich höre wie vor hunde und westen west pen plural auf jeden fall also eine wespe kann ja immer noch mal so sein aber mehrere auf irgendwas rasten die gerade völlig aus überhaupt nicht so richtig ergiebig hier war ist denn eigentlich mehr nach oben oder nach unten könnten natürlich auch versuchen die trocken zu legen wollen wir das nächsten zu anstrengend behaupte ich jetzt einfach mal wie gehen wir denn jetzt vor das ist natürlich ein bisschen doof wie viel eisen haben wir denn sieben nur tja achso wenn wir jetzt da oben das zeug weg klatschen und das nicht im fallen schon aufgesammelt bekommen landet ist ja halt im wasser ne komm wir bauen uns mal hier zurück ist ja auch schon 0 uhr noch was wieder hier wird es ja alles haben ist wieder ist auch wieder Tag oder und dann gucken wir mal da wo wir die erste stelle die schöne stelle gucken wir mal ob wir da noch ein bisschen was freikriegen da ist bestimmt noch irgendwas versteckt guck mal da unten ist noch mal kohle im wasser aber nö achso ah die fackeln Mist naja ich lausche gerade ein bisschen den kampfgeräuschen da draußen die rasten ganz schön aus wieder random aggressionen bei den zombies das ist wirklich die sollten mal zur aggressionsbewältigungstherapie gehen zu seiner selbsthilfe gruppe oder so i feel pretty oh so pretty ah i feel stunning and charming and gay ja ja gay heißt übrigens fröhlich ne nicht dass ihr jetzt hier oh der findest schwul also nix nix gegen schwule aber ich selber nicht nennen na mach doch mal deshalb mussten wir auch im englisch unterricht uns beibringen lassen dass gay fröhlich heißt und nicht schwul wird zwar so benutzt im landläufigen sprachgebrauch aber der ursprüngliche weil wir hatten was waren das für ein lied ähm kookaburra wie hieß denn das weiß gar nicht wie das lied hieß ging halt um kookaburra love kookaburra love kookaburra gay your life may be und haben alle gekichert mit leeren so öl warum kichert die denn na weil gay doch schwul ist und sagt sie nee ist nicht schwul achso haben wir gesagt naja trotzdem hihi gay gib doch mal her ja so war das damals und seitdem weiß ich das so nochmal dahin das ist schon wieder kohle mich schon lange nicht mehr so über kohle geärgert wir brauchen doch eisen leute ah beautiful seht ihr meckern muss man ich glaube das hängt jetzt hier irgendwo da war noch ein bleib gut bleib brauchen wir jetzt immer noch nicht aber egal wenn es uns zu eisen führt nehmen wir es mit wir bauen ja mal komplett ab reißen hier komplett nieder die wand die mauer muss weg die mauer muss weg steine können wir auch gebrauchen nachdem unsere zementvorräte ja over the jordan sind tja glaube ich ist nicht mehr so viel gerade könnte es sein warte mal was denn hier links da könnte ne ist auch stein wieder nur falle ich doch wieder drauf rein wir gehen mal hier runter wir gehen mal hier einfach runter get down get down and hack it all around da hinten könnte noch gravel sein bisschen so aus fast ne und hinter gravel könnte auch immer noch zeug sein und dann könnten wir immer noch eisen finden und dann könnten wir unsere spitze mal reparieren get down get down ha wusste ich gut mach jetzt aber auch nur zeig mal aha erwischt erwischt liebe kohle ich werde den tag nie vergessen ich werde den tag nie vergessen als du mir beinahe entkommen wärst aha 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 in großem stile versteckt und da ist nochmal gravel ja ja so so habt ihr euch so gedacht ihr lieben kohlen hier kühlchen ja aber mehr eisen wäre schöner wenn ich ehrlich bin hier müssen wir aufpassen das war unsere jute fackel hier wieder zu boden schleudern schleudert den pochenschöponen die leute da oben haben immer noch nicht genug wohl nehmt euch ein beispiel dran ja bitte also wenn ihr mal random aggressiv seid auf irgendwas dann schlag keine geschwister und andere menschen sondern auf sand ein nehmt euch einen schönen sandhügel und verprügelt den bis dem das blut aus der nase läuft und hört nicht vorher auf genau ihr müsst euch erstmal oh hm ihr müsst euch erstmal aus sand ne Sphinx bauen bis und der dann die nase abschlagen so müsst ihr das machen und dann geht es euch wieder besser glaubt mir da hab ich doch gar nicht mehr hingezeigt ich geh mir auch gleich ne Sphinx bauen hier wenn das so weiter geht man 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 oh jetzt hätte ich hier fast mit der mit der mit der fackel hinten auf die kohle rein prügeln so kann hier mal noch ein bisschen eisen kommen bitte also eisen mäßig ist diese höhle enttäuschend ansonsten ist sie richtig geil glaub jetzt haben wir die auch schon soweit leer also soweit leer in bezug auf wo es sich lohnt ne weil was ist denn das destroyed stone wo wir denn den jetzt her weil da hinten in der dings ist vielleicht noch was los aber da müssten wir halt versteht ihr wie ich meine nö ich glaube das lassen wir gucken wir jetzt doch gleich wieder 4 uhr können wir noch unsere fackeln alle aufsammeln und dann machen wir uns auf dem weg nach oben dann sind wir fertig mit der höhle gib doch mal her hier so oh ich glaube wir haben alle fackeln hehehe so jetzt habe ich mich einmal im dunkeln gedreht und da lang halt stopp es ist noch nicht tags und hier haben wir noch eine chance ach komm gleich ist tags oh sind doch dichter dran als ich dachte dann verprügeln wir hier noch das potassium was ich habe stehen lassen aus angst da ist kein potassium drop wenn wir es verprügeln seht da und ich hatte recht alle beide supi manchmal habe ich nicht gerne recht also ich hätte mich jetzt gerne eines besseren belehrt aber ja schleichen schon mal hoch gleich ist 4 uhr bin gespannt ob da noch hunde sind sind unsere schruttgang geladen ja nur noch 5 minuten wo ich bin ich sehr gespannt drauf vielleicht zu sehen was die hier fabriziert haben na ihr gar kein hund dabei völlig unbeirrt stehe hinter denen interessiert die gar nicht federn brauchen wir nicht ah jetzt haben sie uns bemerkt huch wow kam denn der da rein ach seht er ja ich muss noch mal zu sehen dass wir die gleich gelootet kriegen aber wir brauchen jetzt noch ganz 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 dringend wieder öl wenn ich ehrlich bin mit so vielen möchte ich nicht in den nahkampf gehen so mhm ja aha die frau ganz unten gelootet so oh bullet casing ist immerhin äh nein tja naja haben wir auch schon mal lohnenswerter erlebt aber wollen wir uns nicht beschwert äh was ich machen wollte war diese mine jetzt hier noch markieren nicht dass ich irgendwann hier wieder hinrenne und denke oh waren wir hier schon und gehe dann hier rein und denke äh waren wir schon so passt mal auf wir machen hier nämlich ein woodframe hin mit einer fackel dran und das ist ab sofort unser offizielles zeichen für in dieser mine sind wir fertig da gehen wir nur noch verzweifelt hin wenn wir sonst nichts mehr zu tun haben minuell wir müssten auch in der nähe dann noch andere löcher sein oder so wie hier kracher eng rauf hin ja hauptsächlich fehlt uns jetzt natürlich eine menge eisen für zum links weitermachen ne da fällt mir gerade ein ich war hier so sparsam ähm für zum anbei laden wir die pistole nach mauer weitermachen ansonsten brauchen wir jetzt eisen für rüstung auf jeden fall und ähm für tja ähm werkzeuge reparieren ach ja nicht nur werkzeuge ach ja seht ihr genau das müssen wir jetzt als erstes machen vor wo haben die hier gewütet ey am ne gewütet eieieiei verporten so das kann hier raus ähm das kann hier rein das kann hier raus ähm das kann hier rein das kann hier rein und das kann hier rein 1 2 3 1 2 viertel vor drei so jub äh dup äh nein jub äh jub mhm 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 können wir eigentlich noch ein paar mehr, wa? oh können wir nicht noch ein paar mehr weil es leer hier komm mach mal mach mal mach mal so bullet casing mold ja ich weiß ich wollte auch aber das ist jetzt steht ganz unten auf der prioritätenliste jetzt hier unsere dingsmauer wieder aufzubauen unsere äh äh forgesmauer da haben wir, wenn wir, ja können wir machen wenn wir wieder gemütlich da sitzen dann können wir uns da mal drum kümmern so hier ist unser bacon and eggs fertig sehr schön hier ist noch eine bären suppe wenn wir schon mal zu hause sind könnten wir noch mal ein paar aufsetzen, wir haben alles genug das wäre andersrum wahrscheinlich schneller gegangen so so und dann brauchen wir noch Wasser Wasser, Wasser für meine neuen Aquamala so ich ärgere mich so dass wir den ganzen ich weiß noch wir standen ja hier und hatten den ganzen Tee in der Tasche also das ganze Wasser und die Tee pflanzen um Tee zu kochen und dann habe ich sie hier durchs Fenster gesehen und bin schnell runter gerannt mit Tee und ja wisst ihr was dabei rausgekommen ist so gib mal das Leder ähm achja genau ja ja das reicht erstmal da müssen andere Sachen drin so und wir craften mal shotgun shell shotgun shell 100 kräft sind hier schon wieder Leute? da hinten nö das ist uns egal da pfeifen wir drauf auf diese Leute achso Stoff wollte ich noch muss die brauchen wir doch noch Mann Leute äh gimme dat don't gimme dat hmmm hier nehme ich immerhin 14 Öl besser als nüft das sind natürlich wieder viele shotgun shells dauert noch ein bisschen dauert auch noch ein bisschen tja stehen wir jetzt hier rum hmmm warum hab ich das hier eigentlich achja weil wir so viel Eisen brauchen jetzt wir legen das hier mal mit rein pfeifen ähm sind wir wieviel sind denn das noch 89 jordd das können wir so lassen hm nein das war falsch hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm yang haha das kann hier rein das kann hier rein ein bisschen Blei Ich glaube, den Chlorhemmer brauchen wir unterwegs nicht. Äh, unterwegs? Hm, Finn? Ja, wir gehen gleich spazieren. Und zwar habe ich mir was, achso, ausgedacht. Äh, was heißt gleich? Gehen wir spazieren. Ich würde sagen, wir gehen beim nächsten Mal spazieren, wenn es wieder heißt Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.